Das ist ja die große Frage, wie kommen wir da wieder raus aus dieser Situation? Und darum haben wir eben diese Studie initiiert, um Fakten zu schaffen, um zu sagen, wir haben jetzt eine so und so vielprozentige Dunkelziffer, so viele waren infiziert und das ist eigentlich die Sterblichkeitsrate. Wir können uns anschauen, was sind eigentlich die Infektionswege, wo es wirklich was bringt, die zu durchbrechen oder zu vermeiden. Und das sind eigentlich Bereiche, wo es keinen Sinn macht oder wo man die Maßnahmen lockern kann. Zum Beispiel, wir haben noch nie von Infektionen in Friseursalons gehört, jetzt sind Friseursalons geschlossen. Interessant. Ja, okay, weiter. Machen Sie es mal bitte konkret, das interessiert mich sehr. Auch bei Läden zum Beispiel. Ich verstehe nicht, wie wir in der Lage sind, im Supermarkt das Risiko wirklich zu minimieren, weil die Leute ja auch mitdenken und auch Abstand halten und so weiter, warum das zum Beispiel in ein Bekleidungsgeschäft nicht gehen soll. Das hat sich mir noch nie erschlossen. Ihnen? Ja, also ich hatte mich eben in der Maske eben gefragt, man hat sich nicht mehr unterhalten, der eine mit Mundschutz. Wir wissen einfach nicht, dass darüber je Infektionen stattgefunden haben. Und ich finde es einfach wichtig als Wissenschaftler und Virologe, dass man sich am Ende darauf besinnt, was wissen wir und was wissen wir nicht. Wir wissen relativ gut, dass es keine Schmierinfektion ist. Also anpassen. Die Türklinke, der Computer und so weiter. Das ist nicht der Infektionsweg. Wir wissen aber, dass eng beieinander tanzen und feiern, ausgelassen feiern, dass es dort viele Infektionen gegeben hat. Jetzt geht es eigentlich darum, die Nuancen dazwischen zu finden. Wann kann eine Infektion stattfinden und wann findet keine Infektion statt? Und das muss am Ende eine Richtschnur sein, wie wir ja auch bestimmte Maßnahmen wieder zurückfahren können. Interessant. Bevor wir gleich nochmal die Runde aufmachen, ich hänge gerade noch diesem Satz nach, den Sie vorhin gesagt haben, man muss dem Virus auch ein bisschen Zeit geben. Ist das das, was Schweden gerade macht? Die gehen einen anderen Weg und appellieren sehr an Eigenverantwortung und sagen, was machen die Schweden da gerade? Ich finde, die Schweden sind es gewagt, was sie derzeit in dem politischen Umfeld machen. Weil jede andere Regierung geht einen sehr viel drastischeren Weg. Sie machen das aber in meinen Augen gar nicht so verkehrt, weil wir wissen, wie das Virus übertragen wird. Das ist Nähe und Zeit mit einer infizierten Person. Also wenn man nah beieinander sitzt und nah sich unterhält und sich beim Reden zum Beispiel leicht anspuckt, dann findet eine Infektion statt. Und die Schweden appellieren eben daran, Abstand zu halten, keine großen Gruppen zu haben, aber das normale Leben, der normale Alltag geht weiter. Und appellieren an die Händehygiene und dass sie aufeinander Acht geben. Wenn jemand sich krank fühlt, dann bleibt er zu Hause. Also können wir sagen, wir müssen die Händehygiene und die Hände auch nicht nur aufpassen. Also können wir jetzt mal die Händehygiene und die Händehygiene. Und wie können wir die Händehygiene und die Händehygiene und die Händehygiene und die Händehygiene. Und wenn ich die Händehygiene habe, das bleibt in der Händehygiene, das bleibt rein. Untertitelung des ZDF, 2020